Ja, passt auf, wir machen es jetzt mal wieder unfair. Ich habe einen kleinen Vorteil, okay? Wir fangen jetzt den Parcours an. Der Parcours ist insane. Insane Parcours. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber in Englisch heißt es Helix Parcours, okay? Das wird jetzt ultra sick. Passt auf. Enro guckt oben, wer als erstes durch ist. Die Zeit stoppt auch. Und wir können gucken, wie schnell der Längste, also der Schnellste gebraucht hat. Aber das Ding ist, hier sind wieder Druckplatten. Und ich werde mir jetzt ganz schnell, ich werde mir den Checkpoint holen. Und dann geht es los. Dann baue ich den Bedrock ab und dann geht es los, okay? Der Erste, der oben ist, gewinnt. Was soll der gewinnen? Der bekommt einen Free Cosmetic, sagen wir einfach, okay? Und wenn ich der Erste bin, dann habt ihr Pech gehabt, Digga. In dem Sinne, Freunde, ich würde sagen, Parcours geht los. Viel Glück. Heide Yala, 3, 2, 3, 2, 1. Okay, ich sehe nichts. Ich hätte mir ein bisschen mehr, oh Gott, oh Gott. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht mit so vielen Leuten machen, aber ihr wolltet das. Okay, und ihr müsst immer auch dieses Bing hören. Wenn man das Bing nicht hört, dann hat man keinen Checkpoint, ganz wichtig. Am Anfang ist es ja egal, weil ihr spottet eh direkt da beim Bedrock. Aber die nächsten, guck mal hier, zum Beispiel hier solltet ihr ein bisschen drauf achten, dass ihr den Checkpoint auf jeden Fall bekommt. Okay, der Parcours macht mir schon wieder ein bisschen, ja, ich glaube, das soll hier so sein. Ja, 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 ja. Boah, aber der Parcours ist auch schwer. Der ist nicht einfach. Ja, wir machen mit Feuer. Wir sind nicht gut. Boom. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ja, ey, genau, der Erste, wie gesagt, der Erste bekommt einen... Der Erste bekommt... Hä? Was war das? Ähm, keine Ahnung. Äh, der Erste bekommt eine Cosmetic. Und wenn er schon eins hat, dann bekommt er beim nächsten einen Cosmetic Release eins. Also wenn er schon alle hat. Okay, ich weiß nicht, warum wir da gerade so random rumtippet wurden, aber wir sind weiter. Boah, ich wäre jetzt hier runtergesprungen. Das wäre aber falsch gewesen. Bin ich gerade Erster? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, äh, irgendjemand ist noch vor uns beiden hier. Okay, hier lang. Ey, ey. Mann, ich wurde geblockt! Okay, schön, wir sind doch wieder back. Wie Rücken! Hahaha, ihr wisst schon. Auf Englisch heißt nämlich Back Rücken. Hahaha. So, was ist das jetzt? Junge, er hat wichtiger Cosmetics. Wie kann er vor mir sein? Spaß überholt. Wait, wohin? Hier rein. Hier rüber. Schön. Ich glaube, wir sind... Oh, mein Cut. Ich glaube, wir sind gerade Erster. Aber ich muss auch sagen, der Parcours, der sieht stabil aus von außen. Das ist natürlich auch immer wichtig. Guck mal, der Parcours ist auch von jetzt hier so, wenn man den spielt. Ist ja voll schön und so. Und auch schön gebaut und so. Aber von außen sieht der auch cool aus. Der Parcours ist einfach stabil. Äh, warte. Wo geht's lang? Ne, es war falsch, hä? Hier war ich gerade. Wo geht's lang? Ich check nix mehr. Oh, Digga. Hier geht's lang, Digga. Da gab es safe einen Weg, aber ich habe keine Ahnung wo. Aber ist ja scheißegal. Letztendlich haben wir ja eh nur Wir-Zeit verloren. Weil wir da jetzt die ganze Zeit entstanden und es nicht weiterging. Zack. Nächster Checkpoint. Schön, 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 schön. Ich habe aber keine Ahnung gerade. Der Parcours ist lang. Guck mal, guck mal. Da ganz oben müssen wir hin. Wir sind locker noch nicht mal bei der Hälfte. Ähm, 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 äh, äh, Salatsauce. Boah, wie ein Gott. Hä? Levitation. Okay, schön, schön, schön. Okay, wir sind mit Abstandärzt da jetzt. Die anderen haben nicht da gerade gefällt, wo ich so durch das Spiel bin. Wir sind jetzt sehr, wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung. Nein, das war falsch. Äh, ich schwanz, ne? Einfach nur Schwanz. Hallo. Bitte. Ich habe ihn runtergeschubst. Nein, weil ich verschissen habe. Was jetzt? Was jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe den Block abgebaut. Egal, ich springe runter. Oh nein, jetzt haben die mich wieder aufgeholt. Ja, es ist richtig. Let's go. Hab verkackt eigentlich, aber hab wieder Comeback gemacht. Ich hab es... Oh, na gut, ich halte mein Maul. Oha, da... Ja, okay, ich freue mich gleich. Deswegen habe ich mich gefreut, weil dann ein 17-Block drin ist, mit dem man richtig coole Parcours machen kann. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir so wenige Parcours haben mit solchen Blöcken oder dass es so wenige gibt, weil der Block halt neu ist. Aber der Block ist übergeil für Parcours. Ich rede wieder so viel. Ich soll mich ja eigentlich fürs Spring konzentrieren. Ah, schön. Okay, Bücherei. Wait, ich wage mich zu erinnern, dass, als wir da rumgeflogen sind bei dem Parcours, Bücherei schon relativ weit oben war. Kann das sein? Was ist das jetzt? Oh, muss ich dem Blauen hinterher springen? Ach so, eine Farbe ist gleich andere Höhe. Okay, macht Sinn. Wenn eine Farbe eine andere Höhe ist, dann muss es ja... Ja, okay, es macht alles einen Sinn. Es macht ehrlich alles... Ey, bitte geht mal weg. Okay, es macht alles einen Sinn. Es macht alles einen Sinn. Es macht alles einen Sinn. Digga, dieser Sound, wenn jemand stirbt, ist so lustig. Das ist doch richtig gewesen, oder? Oh, jetzt ist es echt richtig. Digga, ich kann nicht mehr. Nein! Digga, er läuft falsch. Ach komm, scheiße, warte auf. Hey, da ist extra ein Schild. Schade, Digga. Okay, es dauert noch ein bisschen. Ey, wir sind schon so lange gesprungen, aber es ist immer noch tausend Jahre nach oben. Mach was, mach was, mach was. Ich block dich. Juhu, ich liebe mein Leben. Schön, schön, schön. Oh nein, ich bin wieder... Ich bin nicht mehr alleine. Ey, bitte nicht schubsen. Ich habe Joghurt im Rucksack. Bitte kurz mal ganz weg. Danke. Da war eine fucking Wand. Wait, wo ging es da lang? Hier geht es actually lang. Oh mein Gott. Warum springe ich runter? Ich hätte einfach weiterlaufen können. Ich lache nie wieder jemand aus. Kann ich jetzt? Bis hier bitte mal sch... Bitte den Sprung schaffen. Hallo? Danke, Alter. Holy shit. Okay, jetzt haben wir halt ganz, ganz miese... Miese, ähm... Ganz, ganz... Wir sind ganz, ganz weit hinten. Unser Vorsprung ist gefühlt weg jetzt. Okay, hier lang. Wichtig. Jetzt geht noch ein bisschen nach oben. Wir müssen aber jetzt erstmal aufholen. Das ist erstmal das Wichtigste. Okay, der Parcours ist auch actually nicht leicht. Schön, nächster. Slime. Let's go. Okay, okay, okay. Wir holen ein bisschen auf. Ich weiß aber nicht, ob da noch jemand vorne ist oder ob es nur er war. Wo muss ich denn hin? Das stimmt doch. Okay, schön. Okay, jetzt aufholen, jetzt aufholen, jetzt aufholen, jetzt aufholen. Es ist noch ein bisschen nach oben, aber nicht mehr so weit. Schwanz, Alter. Ehrlich, Schwanz. Okay, okay. Ich muss mich jetzt ganz kurz konzentrieren. Denn ich muss aufholen. Ich muss jetzt aufholen. Und da ist jetzt Konzentration gefragt. Ich habe schon aufgeholt. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Ich bin, glaube ich, wieder Erster. Ich bin Erster und es ist nicht mehr so weit. Es ist nicht mehr so weit. Nein! Okay, wir drei hier sind gerade die letzten, äh, also die, die Ersten. Das gibt's nicht. Und er hat's geschafft. Jetzt müssen wir wieder aufholen. Oh nein, das ist mit Redstone. Das ist mit Redstone. Okay, saved. Oh mein Gott, was ein Sprung. Nein, er ist vor mir, er ist vor mir. Okay, wir müssen ihn noch aufholen. Ich glaube, ich bin Zweiter, er ist Erster. Nee, hä? Doch. Oh mein Gott, Lev... Oh! Nein, nein. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe den Levitation-Effekt null gerafft. Okay, schön. Und jetzt hier wieder runter. Okay, let's go. Er ist hinter uns, er ist hinter uns. Oh Gott, das ist überknapp. Okay, Konzentration, Konzentration. Keinen Fehler machen, keinen Fehler machen, keinen Fehler machen, keinen Fehler machen, keinen Fehler machen. Das ist schon der erste Fehler, aber er spricht mir nach, weil er dumm ist, Digga. Okay, schön. Schwanz mit Soße, Schwanz mit Soße, ganz, ganz große Soße. Oh mein Gott, er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Let's go, let's go, let's go. Let's go! Da vorne ist es Ziel, ich sehe es doch schon. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Oh mein Gott, es war richtig. Checkpoint. Ist das der Sprung, den ich jetzt machen muss? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Den Sprung. Alter, die Sprünge sind ja insane schwer. Ey, das mit diesen Honigblöcken kann ich nicht. Muss ich da Leertaste drücken oder was muss ich machen? Es geht nicht. Oh lol, es war gar nicht richtig. Oh mein Gott, es war die ganze Zeit falsch. Was ist das? Oh mein Gott, ich sehe es hier, ich sehe es hier. Doch, das muss richtig sein. Der Parkour hier ist schwer. Das hier ist sehr, sehr schwer. Retalk. Was jetzt? Ich muss da rauf. Ja! Holy shit! Nein, er hat es auch geschafft. Wie hat er es denn jetzt bitte geschafft? Schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ich bin gegen die Wand gelaufen, ich fette Sau. Nächster Checkpoint. Oh mein Gott, da vorne ist das Ziel. Wir haben es. We fucking did it. Wir haben es. Wir haben es. Das ist das Ziel. Ich habe gewonnen. Oh mein Gott. Aber wir haben es geschafft. Kann ich mal hier mal kurz die... Digga, hier sterben die ganzen Leute. Kann man hier kurz immer die Zeit stoppen? Wie schnell war ich? Junge, okay, wir gucken noch, wer Zweiter und Dritter wird. Okay, zwei WCs, Zweiter geworden. Er war uns die ganze Zeit am Arsch. Ey, das war aber überknapp am Ende. Okay, ja, er ist Zweiter. Er ist Zweiter und wir warten noch auf den Dritten. Aber es wird wahrscheinlich, obwohl, Max, maybe oder Antonia. Man weiß noch nicht. Okay, wait, ist Max, der ist hier noch stuck, ne? Ja, okay, ey, der Honig... Okay, ich wollte gerade sagen, dass der Honig-Ding schwer ist, aber er hat es jetzt geschafft. Okay, Antonia ist beim letzten, beim letzten Abteil. Okay, Antonia hat's. Wenn Antonia jetzt nicht hier noch runterfällt. Okay, ja. Antonia ist somit Dritter. Oh Gott, egal, aber GG. Okay, aber ey, Jungs, seid ehrlich. Stabiler Parcours, guckt euch den an. Moin, erinnert mich. Ist stabil, war wild. Hab Bock gemacht.